Es geht um nichts Geringeres als den oder die beste Amateurgolferin Münchens. Um den zu finden, gibt es die Münchner Golf Masters. Das ist eine Turnierserie, die so in Süddeutschland seinesgleichen sucht. Letztes Jahr gab es schon das Kick-Off-Turnier im Golfclub Valai. Und jetzt am Wochenende startet endlich das erste von insgesamt sechs Qualifikationsturnieren. Knapp 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim Kick-Off-Turnier im September 2020 dabei. Sie kämpfen um den Titel des besten Amateurgolfers der Region. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Local Masters verschoben werden. Vom letzten Jahr in diesen Sommer. Und jetzt starten sie endlich. Am kommenden Freitag findet das erste Qualifikationsturnier statt. Insgesamt gibt es sechs Stück davon, die wöchentlich in verschiedenen Golfclubs, wie dem Golfpark Aschheim oder dem Golfclub Starnberg, ausgespielt werden. Am 24.07. findet dann das Finalturnier im Münchner Golfclub Strasslach statt. Teilnehmen kann jeder mit einem gültigen Schein. Und dann zeigen, wie gut er einlochen kann. Und hier im Studio begrüßen darf ich jetzt Daniela Marzai, die die Münchner Golfmasters mitorganisiert. Servus, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Daniela, wie groß ist der Stein, der vom Herzen fällt, dass die Münchner Golfmasters jetzt endlich stattfinden können? Tatsächlich ist er riesengroß, wenn ich zurückdenke, dass wir vor fünf Wochen noch Plan B und sogar Plan B, Plan C noch drüber gesprochen haben. Was können wir machen, wenn die Zahlen nicht weiter fallen? Und unser ganzes Team ist super happy, dass es sich so entwickelt hat. Und wir sind auch wahnsinnig dankbar, dass unser Hauptsponsor Husqvarna hinter uns stand und jeden Plan mitgegangen wäre. Das heißt, ihr hattet auf jeden Fall Alternativpläne. Jetzt sinken ja die Zahlen zum Glück. Das heißt, es kann alles stattfinden. Inwieweit ist Corona aber noch eine Beeinträchtigung? Oder könnt ihr das jetzt so durchführen, wie ihr es eigentlich auch durchführen wollt? Ja, natürlich müssen wir uns an die Regeln halten. Golf als Individualsport war ja schon früher möglich, bevor andere Sportarten starten konnten. Und wir halten uns an die 3G. Das heißt, das Wichtigste ist, dass der genesen, getestet und geimpft, alles möglich. Das heißt, da ist auf jeden Fall die Sicherheit geboten. Genau, also bei uns wird jeder Spieler, der auf das Spielerfeld kommt, getestet sein oder genesen oder geimpft sein. Das heißt, höchste Priorität hat natürlich die Gesundheit der Spieler. Was ist denn das Besondere bei eurem Golfturnier? Weil wir haben es ja gerade schon gesagt, es geht um den oder die beste Amateurgolferin eigentlich in und um München. Das Besondere ist natürlich, dass wir, wie du schon gesagt hast, den und die beste Golferin München suchen. Die Initiatoren haben sich überlegt, eine völlig neue Turnierserie auf die Beine zu stellen, haben sensationelle Sponsoren an Bord gezogen. Tamara Komolli, Ketteler Car Group mit Maserati, wir haben Starnberger Brauhaus, wir haben Designreisen mit One & Only. Wir haben sensationelle Preise in den Sonderwertungen. Und wir haben auch noch eine Wahnsinns-Tombola, wo es sich auch lohnt, reinzuschauen. Wir haben tolle Preise. Jedes Los gewinnt. Und auch Nicht-Golfer können hier auch noch zum Gewinn kommen. Das heißt, für die Golfer, für die Nicht-Golfer, für jeden was dabei. Absolut. Mitmachen kann im Prinzip jeder Amateurgolfer, jede Amateurgolferin. Was genau sind aber die Bedingungen? Was muss erfüllt sein? Das Einzige, was erfüllt sein muss, ist, dass der und die Golferin einfach einen Heimatclub haben. Die das Handicap führen, dass er in einem Verband angeschlossen ist. Und dann was, das schon einfach mit spielen und Spaß haben. Jetzt am Wochenende steht das erste Qualifikationsturnier an. Es gibt insgesamt sechs Stück. Wer darf dann im Endeffekt bei den Finalturnieren teilnehmen oder bei dem Finalturnier, das dann noch stattfindet? Im großen Finale am 24.07., das im Münchner Golfclub stattfindet, werden natürlich der erste Bruttogewinner und die erste Bruttogewinnerin der jeweiligen Qualifikationsturniere starten und die ersten Netto-Sieger der Klassen A, B und C. Des Weiteren haben wir uns noch ganz toll ausgedacht, eine Rangliste zu führen. Das heißt, auch Spieler, die es vielleicht nicht unter die Top 3 schaffen, können sich qualifizieren durch ein Punktesystem. Das wird veröffentlicht auf unserer Webseite. Und je öfter man mitspielt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch noch ins Finale zu kommen. Und da haben wir nochmal 24 Extraplätze freigemacht. Und die Qualifikationsturniere sind ja jetzt quasi Schlag auf Schlag eigentlich im wöchentlichen Wechsel. Das Finalturnier ist dann Ende Juli. Worauf dürfen die Golferinnen und Golfer sich denn da freuen? Naja, also jedes Qualifikationsturnier wird ein absolutes Highlight sein. Wir haben tolle Preise, tolle Sponsoren. Und im Finale geht es dann darum, dass ein sportlicher Wettkampf stattfindet, dass der und die Münchner Golfmeisterin gekürt wird. Besonders Highlight wird da nochmal sein, dass der Meister und die Meisterin ein maßgeschneidertes Meisterjackett bekommt von Fabri Hoffmann. Und wenn es die Corona-Zahlen zulassen, haben wir einen super schönen Gala-Abend dann noch als Highlight. Das heißt, beim Radsport gibt es das gelbe Trikot, bei euch gibt es ein maßgeschneidertes Jackett. Absolut, genau. Was habt ihr denn schon für Feedback von den Golferinnen, von den Golfern bekommen, die teilweise ja schon bei dem Kick-Off-Turnier im Golfclub Valais dabei waren im vergangenen September? Sind da jetzt die meisten auch wieder am Start und sagen, hey, endlich geht's los? Was habt ihr da für Feedback bekommen? Ja, absolut, positives Feedback. Also es war ja wirklich aus der Not geboren, dann noch aus dem Corona-Jahr 2020 was zu machen. Aber es waren 108 Teilnehmer, die hatten Riesenspaß, der Platz war in einem guten Zustand, es wurde super Golf gespielt und da ist der ein oder andere garantiert auch wieder dieses Jahr dabei. Habt ihr jetzt auch welche Golferinnen oder Golfer dabei, die sagen, sie wollen es jetzt erstmal ausprobieren, sind eigentlich noch ganz neu? Oder habt ihr schon eher die eingefleischten, fast schon Golf-Profis mit dabei? Nee, möchte ich nicht sagen. Also jeder hat eine Chance. Beim Golf ist das Gute, der Gute kann mit dem Schlechten spielen und umgekehrt. Das heißt, wir haben von Handicap 0 bis Handicap 54 kann jeder dabei sein und einfach Spaß haben. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass diese Serie stattfindet. Klar, jetzt startet es gerade mal. Habt ihr schon irgendwie eine Aussicht, ob ihr sagt, ihr wollt jetzt sogar noch ein weiteres Turnier eventuell starten? Jetzt parallel dieses Jahr nicht. Wir wollen einfach die Sache jetzt richtig gut machen und im nächsten Jahr schau mal. Aber wie ich mein Team kenne, lassen die sich bestimmt wieder was einfallen. Also wir dürfen uns noch auf einiges freuen. Daniela, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns auf die Qualifikationsturnier.